Franz Moritz Wilhelm Mark war ein deutscher Maler, Zeichner und Grafiker. Er gilt als einer der bedeutendsten Maler des Expressionismus in Deutschland. Neben Vassil Kandinsky war er Mitbegründer der Redaktionsgemeinschaft der Blaue Reiter, die am 18. Dezember 1911 ihre erste Ausstellung in München eröffnete. Der Blaue Reiter ging aus der neuen Künstlervereinigung München hervor, in der Mark kurzzeitig Mitglied war. Für den Eimer nach der Blaue Reiter und andere Veröffentlichungen verfasste er kunsttheoretische Schriften. Waren Marks frühe Werke noch dem naturalistischen Stil des Akademismus verhaftet, widmete er sich nach einem Paris-Besuch im Jahr 1907 dem Postimpressionismus unter dem Einfluss von Goget und Van Gogh. Zwischen 1910 und 1914 verwendete er Stilelemente des Fouvismus, Kubismus, Futurismus und Offismus. Trennte sich in seinem Werk jedoch nicht vollständig vom Gegenstand. In dieser Zeit entstanden seine bekannten Gemälde, die hauptsächlich Tiermotive zum Inhalt haben, wie der Tiger, blaues Pferd, die gelbe Kuh, der Turm der blauen Pferde oder Tierschicksale. Marks erste abstrakte Gemälde wie kleine Kompositioni und kämpfende Formen entstanden 1913 und 1914. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde er eingezogen und fiel zwei Jahre später im Alter von 36 Jahren vor verdunnen Leben, Kindheit und Schulzeit. Franz Mark wurde am 8. Februar 1880 als zweiter und letzter Sohn der Familie Mark in der Schillerstraße Nummer 35 in München geboren. Sein Vater Wilhelm Mark, der zunächst ein rechtswissenschaftliches Studium abgeschlossen hatte, bevor er an der Akademie der Bildenden Künste München Malerei belegte, war ein Landschafts- und Jorymaler. Er entstammte einer bayerischen Beamtenfamilie. Seine Mutter Sophie, geborene Mauritze, kam aus dem Elsass und hatte ihre Kindheit in der französischen Schweiz verlebt, wo sie ein streng calvinistisches Internat besuchte. Sie hatte als Erzieherin in der Familie ihres späteren Ehemanns gearbeitet. Wilhelm und Sophie Mark hatten spät geheiratet. Franz und sein drei Jahre älterer Bruder Paul Mark wurden katholisch getauft, jedoch protestantisch erzogen. Sie wuchsen zweisprachig auf. Den Sommer 1884 verbrachte Mark erstmals in Kuchel am See, wo sich die Familie während der nächsten Jahre fast jeden Sommer aufhielt. Beide Brüder besuchten das Louis-Polt-Gymnasium in München, wo zeitweise Albert Einstein ein Mitschüler war. Der Vater Wilhelm Mark verließ die katholische Kirche und konvertierte 1895 zum protestantischen Glauben. Franz Mark trug sich mit dem Gedanken, wie sein älterer Bruder Paul Altphilologie oder Theologie zu studieren, wie er Pastor Otto Schlier, dessen konfirmenden Unterricht ihn nachhaltig beeindruckt hatte, in einem Brief 1897 mitteilte. Als 18-jähriger Schüler befasste er sich mit Literatur und Philosophie, insbesondere mit dem Werk von Thomas Kalleil und Friedrich Nietzsche. Im Jahr 1899 legte Franz Mark das Abitur am Louis-Polt-Gymnasium ab. Studium 1899 verwarf Mark den Gedanken an einen geistlichen Beruf und schrieb sich für ein Philologiestudium an der Ludwig-Maximilians-Universität München ein. Vor Antritt seines Studiums trat er im Oktober desselben Jahres seinen einjährigen Militärdienst in Lagerlechfeld bei Augsburg an und lernte reiten. Während dieser Zeit entschied er sich, den Beruf seines Vaters zu ergreifen. Im Oktober 1900 immatrikulierte er sich an der Münchner Kunstakademie. Er erhielt zunächst Unterricht in Anatomie bei Gabriel von Hackl und ab 1901 Malerei bei Wilhelm von Dietz, die beide in der Tradition der Münchner Malerschule des 19. Jahrhunderts unterrichteten. Während der Semesterferien der Jahre 1901 und 1902 hielt er sich auf der Staffel Alm in der Jachenau auf. Die in der Nähe des Ferienortes der Familie in Kuchel am See lag. 1902 betrieb er zeitweise Studien im nördlich von München gelegenen Dachauermos. Mit seinem Studienfreund Friedrich Lauer, der über ausreichend Geldmittel verfügte, reiste er im Mai 1903 durch Frankreich. Aus dieser Zeit ist ein französischsprachiges Tagebuch erhalten. Zunächst machten sie für einige Monate in Paris Station, Ende Juli fuhren sie in die Bretagne, danach in die Normandie. In Paris besuchte Marc die Pariser Museen, insbesondere die antiken Sammlungen, kopierte Gemälde im Louvre und zeichnete in den Straßen. Er studierte die Sehenswürdigkeiten und kaufte im Kunsthandel bei Flammarion japanische Holzschnitte, deren Technik und Komposition ihn stark beeindruckt haben sollen. In der Kathedrale Notre-Dame-des-Chartes faszinierten ihn die gotischen Glasfenster. Nach der Rückkehr nach München Anfang September desselben Jahres verließ Marc vom akademischen Unterricht enttäuscht die Kunstakademie. Erstes Atelier und erste Heirat 1904 zog Marc aus dem Elternhaus in Pasing aus und richtete sich ein Atelier in der Kaulbachstraße 68 in Schwabing ein. Er unterhielt in dieser Zeit eine Affäre mit der um neun Jahre älteren Kunst- und Antiquitätenkennerin Annette Simon, geborene von Eckart, Frau des Münchner Professors für Indologie Richard Simon. Als Malerin, Schriftstellerin und Kopistin verfügte sie über gute Beziehungen zum Kunsthandel und zu Antiquaren. Sie vermittelte dem unter Geld sorgenleidenden Marc Aufträge für Grafiken und die Möglichkeit durch den Verkauf von Büchern, japanischen Farbholzschnitten und anderer Antiquitäten aus seiner Sammlung etwas zu verdienen. Im Februar des Jahres 1905 lernte Franz Marc auf dem Bauernkirchweibol, einem Schwabinger Kostümfest, die Kunststudentin Maria Franken. Da sie kurz darauf nach Berlin zurückkehrte, verloren sie sich bis Dezember 1905 aus den Augen. Gegen Ende des Jahres oder im März 1906 trennte sich Annette Simon von Eckart von Franz Marc. Sie blieben allerdings lebenslang freundschaftlich verbunden. Um sich von der emotionalen Belastung abzulenken, reiste er im April 1906 mit seinem Bruder, der Byzantinist geworden war und eine wissenschaftliche Aufgabe in Griechenland zu erfüllen hatte, nach Saloniki und zu dem Berg Athos. Nach dieser Studienreise zog sich Franz Marc zum Arbeiten nach Kuchel zurück, wo er bis in den Herbst blieb. Sowohl Maria Frank als auch eine weitere Freundin, die Malerin Marie Schnür, folgten ihnen nach. Die drei ließen sich auf ein Dreiecksverhältnis ein, in dem sich Marc mehr und mehr der elf Jahre älteren Schnür zuwandte. Marie Schnür wollte ihren im Februar 1906 in Paris unehelich geborenen Sohn aus der Beziehung mit Angelo Young zu sich nehmen. Und Franz Marc gab ihr ein Eheversprechen, was er Maria Frank im November 1906 mitteilte. Franz Marc und Marie Schnür schlossen am 27. März 1907 in München die Ehe. Er reiste am selben Tag allein nach Paris, wo ihn besonders die Werke von Vincent van Gogh und Paul Gaugay beeindruckten. Seine Begeisterung über die dortige Kunst- und Ausstellungsszene fasste er in Berichte, die er Maria Frank zuschickte. Im darauffolgenden Jahr, am 8. Juli, wurde die Ehe mit Marie Schnür geschieden. Da sie Marc jedoch entgegen den Vereinbarungen des Ehebruchs mit Maria Frank beschuldigte, konnte Marc nach geltendem Recht zunächst keine zweite Ehe eingehen. Freundschaft mit August Macke und Bernhard Köhler im Jahr 1909 beauftragte die Münchner Lehrmittelhandlung Wilhelm Plessmann Franz Marc damit, für den Plessmann Schernhand-Webstuhl-Webmuster zu entwerfen. Die Texte dazu schrieb seine frühere Geliebte Annette Simon von Eckart. August Macke, den er Anfang 1910 kennengelernt hatte, besuchte ihn zusammen mit seinem Vetter, dem Maler Helmut Macke und Bernhard Köhler J.U.N., dem Sohn seines späteren Metzens Bernhard Köhler-Senn, in seinem Atelier in der Münchner Schellingstraße 33. Der Anlass des Besuchs waren zwei Lithographien Marc's in der Münchner Kunsthandlung von Franz Josef Bracke, die Macke begeistert hatten. Für Marc war es der erste Kontakt mit einem gleichgesinnten Künstler. 1912 entstand in Marques Atelier in Bonn ein gemeinsam geschaffenes Wandbild mit dem Titel Paradies. Mit Macke verband ihn eine lebenslange Freundschaft und Marc unterhielt mit ihm einen lebhaften Briefwechsel über Fragen der Kunsttheorie. Köhler J.U.N. hatte durch Pragle einige Bilder Marc seinem Vater schicken lassen. Anschließend besuchte Köhler-Senn Marc Ende Januar in seinem Atelier und kaufte das 1905 entstandene Gemälde der Tote Spatz, das auf Marc's Schreibtisch stand, und von dem sich der Künstler äußerst ungern trennte. Das Bild bildete den Grundstein zu Köhlers umfangreicher Marc-Sammlung. In der Folge unterstützte er den am Existenzminimum lebenden Künstler mit monatlich 200 Marc und erhielt als Gegenwertbilder seiner Wahl. Zunächst begrenzt auf ein Jahr. Im Februar des Jahres 1910 hatte Franz Marc seine erste Einzelausstellung in der Kunsthandlung Pragle, die 31 Gemälde sowie Guarchen und Lithographien umfasste. Zwei Monate später zogen Marc und Maria Frank nach Sindelsdorf in das Haus des Schreinermeisters Josef Nigel, wo sie bis 1914 wohnten. Ihre Ateliers in München gaben beide auf. Dieses Haus hat heute die Adresse Franz Marc Straße 1. 1911 wurde ein von Marc erneut beantragter Dispens für eine Eheschließung mit Maria Frank verweigert, weshalb beide Anfang Juni nach London reisten, um dort eine Ehe nach englischem Recht einzugehen, was ihnen jedoch nach Aussagen Maria Marx nicht gelang. Dennoch bezeichneten sie sich fortan öffentlich als Ehepaar. Mitglied der Neuen Künstlervereinigung München im Dezember 1909 sah Marc mehrmals die erste Ausstellung der Neuen Künstlervereinigung München in der modernen Galerie Heinrich Tannhauser im Akko-Palais in der Theatinerstraße 7. Vom 1. bis zum 14. September 1910 fand die zweite Ausstellung der NKVM statt, an der insgesamt 29 Künstler beteiligt waren. Ausgestellt wurden beispielsweise Werke von George Braque, Pablo Picasso und George Rue. Die Ausstellung wurde, wie die von 1909 in der Presse und in der Öffentlichkeit angegriffen, woraufhin Marc, der diese Ausstellung besucht hatte, eine positive Besprechung verfasste, die über Reinhard Pieper dem Gehleristen Tannhauser zukam. Franz Marc lernte am 1. Januar 1911 in Marianne von Verevgens Atelier Wohnung in der Giselerstraße 23 Wasili Kandinsky und Gabriele Münter kennen und besuchte am folgenden Tag gemeinsam mit ihnen, begleitet von Alexej von Javlenski und Helmut Macke, ein Konzert von Arnold Schönberg in München. Unter dem Eindruck der neuartigen Musik Schönbergs malte Kandinsky kurz darauf das Bild Impression 3 und schrieb dem ihm unbekannten Komponisten Einen Brief, womit er eine inhaltliche Diskussion auslöste, in der Kandinsky's Thesen von der Verwandtschaft der Dissonanzen in der Kunst in der aktuellen Malerei wie in der musikalischen Komposition von Schönberg aufgegriffen und fortgesetzt wurden. Am 4. Februar 1911 wurde Franz Marc zum 3. Vorsitzenden der NKVM ernannt. Marc stellte seine Arbeiten und die seiner Freundin Maria Frank vor. Im Herbst 1911 verschärften sich die Spannungen zwischen den konservativen Mitgliedern und der Gruppe um Kandinsky. In deren Folge ist am 2. Dezember hinsichtlich des von der Jury wegen Übergröße abgewiesenen Gemäldes Komposition V. das jüngste Gericht von Kandinsky zum Eklat kam. Noch am selben Tag traten Vassily Kandinsky, Gabriele Münter, Franz Marc und Alfred Kubin aus. Redaktionsmitglied des Blauen Reiters nachdem sich als Abspaltung von der NKVM, die von Kandinsky und Marc begründete Redaktionsgemeinschaft des Blauen Reiters formiert hatte, wurde am 18. Dezember 1911 die erste Ausstellung der Redaktion »Der Blaue Reiter« in der Galerie Tannhauser eröffnet. Zeitgleich lief die dritte Ausstellung der restlichen acht Mitglieder der NKVM. Im darüber gelegenen Stockwerk. 14 Künstler waren auf der ersten Ausstellung vertreten, neben Marc und Kandinsky Künstler wie die Gebrüder Buljuk, Heinrich Kampendonck, Robert Deloney, Jean Blühnissel, Elisabeth Epstein, August Macke, Gabriele Münter, Henry Russo und Arnold Schönberg. Franz Marc war unter anderem mit seinen Gemälden »Reh im Walde« und »Die Gelbe Kuh« vertreten. Beide sind auf einem Foto von Gabriele Münter, die die Ausstellung fotografisch dokumentierte, zu sehen. Die Ausstellung ging anschließend auf Tournee in weitere Städte. So nach Köln in den Gerions-Club und nach Berlin im Herwart-Waldens-Galerie »Der Sturm«. Weitere Stationen bis zum Jahr 1914 waren unter anderem Bremen, Hagen, Frankfurt, Hamburg, Budapest, Oslo, Helsinki, Trondheim und Göteborg. In der Wanda-Ausstellung waren zusätzlich Werke von Javlenski und Wehrefken zu sehen, die inzwischen ebenfalls aus der NKVM ausgetreten waren und sich dem »Blauen Reiter« angeschlossen hatten. Die zweite Ausstellung des »Blauen Reiters« folgte vom 12. Februar bis zum 18. März 1912 unter dem programmatischen Titel »Schwarz-Weiß« in der Münchner Buch- und Kunsthandlung Hans-Golz in der Briener Straße 8. Sie zeigte ausschließlich druckgrafische Blätter und Zeichnungen, unter anderem auch Werke von Paul Klee und den Brücke-Künstlern. Hier traf Franz Marc zum ersten Mal auf Paul Klee ein Treffen, in dessen Folge eine enge Freundschaft zwischen den beiden Künstlern entstand. Im Mai 1912 gaben Marc und Kandinsky, finanziell unterstützt von Bernhard Köhler, den Eimer nach der »Blaue Reiter« mit einem Titel »Holzschnitt Kandinskis« bei Pieper in München heraus. Sonderbund und erster deutscher Herbstsalon im Oktober 1912 besuchten Franz und Maria Marc das Ehepaar Marke in Bonn und sahen sich die Sonderbund-Ausstellung in Köln an. Kurz vor der Eröffnung im Sommer hatte es zwischen Marc und dem Mietorganisator Marke wegen der Ausjurierung einiger Bilder eine Auseinandersetzung gegeben. Doch war Marc unterdessen sehr angetan von der Ausstellung. Sein Gemälde der Tiger war in der Ausstellung als Bildnummer 450 präsent. Die Freunde entschlossen sich zu einer Paris-Reise, wo sie Robert Deloney, der beim »Blauen Reiter« ausgestellt hatte, persönlich kennenlernten. Dessen Werk dem Guillaume Apollinaire den Begriff »Offischer Kubismus« gegeben hatte und das »Von der Farbe beherrscht« zur »reinen Malerei«, zur Trennung vom gegenständlichen Viertel beeindruckte und prägte beide Maler. Für Macke war er eine Offenbarung, Marc übernahm lediglich gewisse Stilmittel von Deloney. Im Dezember 1912 lernte Marc im Berliner Heim seiner Schwiegereltern die Dichterin Else Lasker-Schüler kennen. Die geschiedene Frau von Herbert Walden. Es verband sie bald eine enge Freundschaft, aus der sich ein reger Briefwechsel zwischen dem Prinzen Jusuf von Theben und Franz Marc bis zum Sommer 1914 entspann. Marc schickte ihr in den folgenden Jahren insgesamt 28 eigenhändig bemalte Postkarten. Das Aquarell »Der Turm der Blauen Pferde« war ein Neujahrsgruß auf das Jahr 1913 und ist der einzig erhaltene farbige Entwurf für das gleichnamige, seit 1945 verschollene Ölgemälde. Im Frühjahr 1913 plante Marc zusammen mit Kandinsky die Herausgabe einer illustrierten Bibel, an der mit deren Zustimmung Alfred Kubin, Paul Klee, Erich Häckel und Oskar Kokoschka beteiligt werden sollten. Marc hatte sich für das Kapitel Genesis aus dem ersten Buch Mose entschieden. Es sollte im Pieper Verlag als Blaue Reiter Ausgabe erscheinen. Die Verhandlungen über die Veröffentlichung scheiterten am Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Am 3. Juni 1913 fand die standesamtliche Heirat mit Maria Frank statt. Marc meldete das Ereignis am Tag danach an Kandinsky. Im selben Jahr war Marc wesentlich beteiligt an der Ausrichtung der Ausstellung von Herbert Waldens erstem Deutschen Herbstsalon, die ab September 1913 in Berlin stattfand. Dort zeigten 90 Künstler aus Frankreich, Deutschland, Russland, den Niederlanden, Italien, Österreich, der Schweiz und den Vereinigten Staaten ihre Werke. Stark waren das Ehepaar de Lonne, die Mietorganisatoren Marc, Macke und Kandinsky sowie weitere Künstler des Blauen Reiters und die Futuristen vertreten. Marc hatte sieben Gemälde, darunter der Turm der Blauen Pferde, Tirol und Tierschicksale, dessen Titelgebung von Klee stammt, in die Ausstellung gegeben. Anfang des Jahres 1914 erhielt Marc das Angebot einer Inszenierung von William Shakespeare's »Der Sturm« von Hugo Ball. Zu dieser Zeit Dramaturg der Münchner Kammerspiele. Doch bereits am 18. Appel resignierte er nach kritischen Zeitungsberichten und schrieb an Hugo Ball. Ende Appel 1914 erwarb Marc eine Via in Ried bei Benedikt Boyern seit 1918 zu Kuchel am See gehörig im Tausch gegen sein Elternhaus in Pasing. Mit der finanziellen Unterstützung seiner Schwiegermutter kaufte er ein Stück Land hinzu, um den ebenfalls erworbenen Rehn ein Gehege zu bieten. Zum Ausbau eines Ateliers kam es nicht mehr, dennoch entstanden in Ried seine letzten großen Gemälde, teils abstrakt, teils gegenständlich. Im August wurden Marc und Marke zum Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg einberufen. In früheren Biografien wurden sie hierbei als Kriegsfreiwillige bezeichnet, neuere Veröffentlichungen widersprechen jedoch dieser Behauptung. Marc's Truppe wurde Ende des Monats an die französische Front verlegt. Wie viele Künstler und Intellektuelle jener Zeit neigten beide dazu, den Ausbruch des Krieges als positive Instanz zu überhöhen. Marke fiel bereits zwei Monate später. Sein Tod traf Marc tief, änderte aber zunächst nichts an seiner Einstellung. In seinem Nachruf, der erst nach dem Krieg veröffentlicht wurde, drückte er die Trauer um den Freund aus, hielt aber an dieser Opferbereitschaft fest. In seinen Briefen aus dem Feld wird deutlich, dass er ein krankes Europa sah, das durch den Krieg geläutert werden müsse. Ein Sinneswandel setzte erst später ein, wie auch bei vielen anderen Menschen, etwa Max Beckmann. Im Oktober 1915 schrieb Marc einen Brief an Lisbeth Marke, die Witwe seines Freundes. Darin bezeichnete er den Krieg als den «gemeinsten Menschenfang», dem wir uns ergeben haben. Ein Antrag Anfang 1916 auf «Freistellung» vom Kriegsdienst, der später abgelehnt wurde, blieb bedeutungslos. Am 4. März 1916 fiel Franz Marc als Leutnant der Landwehr während eines Erkundungsritts bei Brackiv knapp 20 Kilometer östlich von Fadun. Er war von einem Granatsplitter getroffen worden. Am nächsten Morgen wurde Franz Marc im Park des Schlosses Gossanville bei Bracki unter einem schlichten Gedenkstein beigesetzt. 1917 ließ Maria Marc seinen Leichnam nach Kuchel am See überführen.